Herzlich Willkommen zu einem anderen Shop Video, wenn euch Videos hier auf dem Kanal gefallen und ihr in Zukunft auch keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen, es fehlen glaube ich auch nur noch 28 Abonnenten bis 10.000, könnt ihr denke ich mal auf jeden Fall diese Woche schaffen, außerdem schaut gerne auch auf meinem Twitch Kanal vorbei, dort bin ich auch gerade live, wenn dieses Video online kommt und wir schauen uns heute die ganzen Änderungen aus dem Update an, dazu wird natürlich nachher auch noch ein Video folgen, könnt natürlich auch gerne dieses Video bewerten, kommentieren und teilen, würde mich ebenso freuen und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt den Item Shop an und dort haben wir heute den Affian Skin wieder drin, allerdings eben halt keine neuen Skins, diese Woche sind tatsächlich auch nicht wirklich viele dazugekommen, da wir wahrscheinlich eben halt nächste Woche dann nochmal ein Update erhalten werden, wo dann deutlich mehr Sachen vor allem zum Live Event kommen werden, ich würde sagen, wir schauen uns dann hier einmal alles von links nach rechts an, einmal haben wir hier wie gesagt den Affian Skin, finde ich ist auf jeden Fall ein ganz nicer Skin, dann als nächstes haben wir hier den Lay Skin, hier haben wir zwei verschiedene Varianten, einmal den Standard Stil und dann den Modestil, als nächstes haben wir dann dazu den Paradox Skin, hier haben wir keine weiteren Stile zusätzlich, dann gibt es noch die Allsicht Spitzerke dazu und dann den Equilibrium Gleiter, als nächstes haben wir dann hier den Echo Skin, einmal in der Standard und dann in der Umgekehrt Variante, also dort ist eben halt dann bei der Umgekehrt Variante alles was bei der Standard Variante weiß ist schwarz und alles was schwarz ist weiß, relativ logisch ehrlich gesagt, dann haben wir dazu noch die Zwielichtssicherungen, hier genau das gleiche wieder, also einmal die dunkle Variante und dann noch die helle Variante, einmal genau die invertierten Farben, dann noch der Echo Jet dazu, hier wiederum genau das gleiche, einmal den dunklen Stil und dann den hellen Stil, ist auf jeden Fall ganz nice, dass man hier immer zwei verschiedene Stile hat, die tatsächlich auch noch teilweise relativ unterschiedlich aussehen, und dann gibt es noch die Echo Lackierung dazu, hier allerdings keine weiteren Stile dazu, dann haben wir als nächstes noch den Coom Skin, dann die Fraktalpunkt Lackierung, als nächstes dann noch den Anhalter Emote, war glaube ich tatsächlich schon relativ lange hier am Shop, dann haben wir noch den Speer Ranger, den Electroshuffle Emote und dann als letztes noch den Jubelstimmung Emote Das war es dann mit dem Wartig Shop Video, ich hoffe es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video, ciao